Musik Also wir sind jetzt auf dem Hof und ich habe heute wieder Turnier im Mühlheim. Und wir packen jetzt gerade ganze Sachen zusammen und fahren dann bald los. Um 10.30 Uhr ist dann meine Prüfung. Unsere erste A-Tressur. Und wir haben wieder Gesellschaft, die hilft uns wieder. Also wir haben gestern hier so ein Effol Einflecht, Einnäh-Set, was auch immer, gekauft. Da ist alles möglich hier drin. Von Kamm, also Schere ist von mir gewesen. Der Kamm, so ein Schwamm, so ein Spray. Damit haben wir auch gestern Mambo das erste Mal eingenäht. Nicht wundern, wenn es ein bisschen... Ja, ein bisschen... Wir haben nämlich ein zu neuestem einen Euro-Diamant-Diamant. Keine Ahnung. Ich denke mal Diamant. Zur Verfügung gestellt bekommen. Zur Verfügung gestellt bekommen, ja. Das ist ein Turniertrenzchen mit Lack. Das zwickt mir vollen Arten. Au! Ah! Cleo, übertreib nicht! Das muss ich noch nicht anders. Jetzt schmuckst du wieder mit der Tür. Welche? Nee. Welche? Doch, für die Siege, ja. Ich hab doch die weißen Mitglieder. Mhm. Es wird eh Sau, die Schlammschaft wahrscheinlich. Dann ist es besser, wenn ich die eingesauten einsau und nicht die neuen einsau. Ja, weil die Jenny nämlich ohne gewaschene Sachen aufnommen... Ich hab die kompletten Bandagen. Paar Schabracken. Hier die Bandagen alle. Da oben die Bandagen. Ich hab alle gewaschen und aufgewickelt, ja. Wir brauchen alle einmal durch gewaschen. Ja, nein. Ich freu mich hier raus. Yeah, ey. Kannst du die Übung, Prüfung? Na ja. Na ja. Zwischendrinleitzung. Da haben wir das schon mal. Ich hab die im Handy geübt, von mir, die keiner vorgelesen hat. Hab's aber wieder vergessen. Lies die dir auf der Fahrt nochmal durch, weil die können sich auch mal verlesen. Dann musst du sehr cool sein und es besser machen. Das ist auch dein Job eigentlich. Weißt Fabi die Putzfrau? Putzfrau? Ja, Pferdeputzfrau meine ich. Das hört sich schon besser an. Das ist die Sina. Sei Fabi die Putzfrau? Ja, die Pferdeputzfrau. Das hört sich schon besser an. Ja. Das ist alles. Ich bin. Das ist alles. Musik 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 Oh die will aber auch spielen Musik 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 Ja! 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 Ja!